Jagt die Grünen in das Meer! Jagt die Grünen in das Meer! Jetzt röst der Ampel hinterher! Gleich folgt ein Beitrag von unserem Mario, der für das Handwerk spricht. Verstehe immer noch nicht. Soll der Pfaffe jetzt der Zocker mit diesem verrückten CRSDR-Namen sein? Womöglich noch mit Bombe? Also ich weiß nur, Dillen hat ihm die ganze Zeit Nachrichten geschrieben. Und mir hat er gesagt, er hat seit Wochen nichts von ihm gehört. Also Leute, wenn ihr mich fragt, da war dieser Dillentyp selbst der Zocker. Ja, vielleicht hat er seinen Quark zu früh online rumposaunt, dann ist irgendwer gekommen und hat ihn umgelegt. Oder wie ist ich denn? Weil mit dem Pfarrer hat das nichts zu tun. Und Leute, so falsch liegt der Karl ja nicht. Dein Ernst? Der ist der reinste Hasspräbiger. Ja, das war Luther auch und heute wird er gefeiert. Was, unser Luther? Ey, die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass die Männer durch sie geboren werden? Ja, ist nicht nett, aber auch kein Hass. Dass man ihre Synagogen oder Schulen anzünde und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und überschütte, sodass kein Mensch für alle Zeiten weder Stein noch Schlacke davon sähe? Können wir mal im Heute bleiben? Tu ich das nicht? Herr Hoffmann! Hey, Herr Hoffmann! Ja, Sie kommen wohl immer, wenn ich es zu tun habe. Herr Hoffmann, ich muss Sie bitten, dringend mitzukommen. Aha, sonst... Kollegen! Was soll das? Ich werde festgenommen! 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 Vielen Dank.